blut kann sie nie mal einen schluck trinken ja und damit dann auch herzlich willkommen ich kann gar nichts sehen hier herzlich willkommen zu einer neuen folge von sag boy dem wahnwitzigen vollidioten neben mir und dem lustigen hässchen lustig seit wann bist du lustig ich bin immer am lachen außerdem bin ich süß ich trage süße kleidung du hast so was von dar vader ich habe eigentlich was neues gekriegt ja du siehst jetzt aus wie schuhmacher er hatte keine weißen anzüge doch und er war bei ferrari lange weißt ja super ohne ohne da guck mal die tragen alle schnurchen ach du schon okay ich gehe dann wieder ich bin jetzt bei der falschen kugel willst du mich noch mal also nein 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 er möchte natürlich ohne mich lieber weitermachen ein schlüssel ja das hieß sie mit den mit den kunden das schlüssel und nämlich veräppeln oder was holt den schlüssel kann ich das so jetzt noch keine ahnung für den brauchen wir müssen 85 für eine kugel wahrscheinlich auch das hatte ich doch fast das ding hol das eben wo bist du ja wie denn wenn ich tot bin warum bist du tot weil du mich mal wieder hier total im stich gelassen hast warte die du nach links aber ich hab's noch ich hab's noch ich hab's noch ich kann aber nicht nicht weil ich da liegt doch noch doch ich hab's gerade genommen hä hä wie ist das wieder da oh hä da hinten ist noch was ja also in der mitte das bleibt ja da ist noch ein schlüssel ja das ist schön hol den nein ich sag so wohl den und ich lass dich aufspüßen sag mal mit der kommunikation müssen wir echt noch mal so ein bisschen üben ne genau jetzt geht's los oh nein boah ist das ding das ding muss abschießen jetzt na oh yeah ich hab's bingo vielen dank nein aber du kannst da oben noch hin ja genau ja auf die andere Seite auch ich war da auch noch einer sicher dann kommen wir mal zurück fünf ja da kommen wir mal wieder ja also sehe ich nichts nein 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 komm schon hoch da brauche ich dich dazu es geht nicht alleine komm hier hin wir müssen erstmal hier komm erstmal hoch so halt dich hier halten halten und jetzt nehme ich auf dem rücken ja ist nicht wahr jetzt was ist das für ein lass mich vorne nochmal kurz aber ich hab doch die Taste zum festhalten gebraucht damit muss ich dich doch aufnehmen können warte mal eben machen wir mal probieren ja siehste und da muss ich ja nur so und wieder loslassen genau hä wieso ging das grad nicht ja erstmal in die Mitte wir müssen mal warten oder drüber oh 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 ich bin tot nein ich bin oben ja ich bin oben oben ja ich will auch da hin hallo ja ich kann nicht kommst du mit ja geht nicht wie soll ich da hochkommen alleine so hat sie mich ziehen können ok ich bin dann tot Du weißt schon, dass das ein Video-Spiel ist. Ja, aber ich hab da gerade... Ich glaub, du kriegst die... Komm schon. Ich treff die doch jedes Mal. Jetzt. Tisse? Ah, die Kugel. Nee, Kugel gab's. Ja, aber da kam doch grad ein Schlüssel hier raus. Der ist hier rausgeschossen, oder nicht? Nee, nee. Willst du mich veräppeln? Ach, da oben ist noch einer. Ich seh einen. Oben drauf noch. Entweder holst du mich erst mal. Ich hol dich. Oben auf dem Ding, wo es weitergeht. Ja, ich dachte, da müssen wir die einlösen. Nicht, dass da einer ist. Nee, nee, da ist noch einer. Nimm ich jetzt wieder. Na? Warte mal, warte mal, warte mal, wie kommen wir da hoch? Nee, 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 da oben... Kann man hier irgendwie hoch? Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Da oben drauf. Komm mal hier. Komm mal hier. Achso, nämlich, könnt ihr es kaputt lesen. Achso, oder so, ja. Das ist natürlich auch die einfache Variante zu machen. Achso, sag doch, dass wir da gar nichts mehr machen müssen. Nee, nee, das war nur der Schlüssel. Jetzt können wir hier alles aufmachen. Aua. Ui. Ich bin da auf dem Arsch da durchgerutscht. Achso, warte mal, jetzt rutschen wir da. Warte mal, oho. Oh, das explodiert, geh weg. Nein, das ist der Typ hier. Warte, warte, warte. Oh, ich komme hier nicht raus. Wird du mich jetzt... Oh, oh. Na, ich bin jetzt tot. Ich kam hier nicht raus aus dem Scheiß-Ein. Schnelle rein, da hoch, da hoch, da hoch. Kam ich nicht, weil du mich blockiert hast. Nein. Doch. Warte. Ich doch nicht. Jetzt. Dann fach ich im Wasser. Nein, nein, nein. Oh. Alter Schwede. Ich sag doch, Schuhmacher, so wie der schon alleine da hochkommt. Schieß, schieß. Nein, bleib da oben. Bleib da oben. Jetzt geht er hoch. Oh, oh. Ah, oben. Warte mal, da oben. Ah, ich hab ja diese Scheiß-Ein wieder. Ja, wenn du nicht mitkommst, komme ich nicht weiter. Deswegen. Nein. Sag doch, dass das hier zu Ende ist. Nein. F dich. Sag mal. Ich stand doch direkt da drauf. Warte, 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 warte. 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 Nein. Nein. Wieso geht's? Die springt nicht. Was ist das so Mist? Ist hier noch was? Ach, äff dich einfach ganz leicht. Warte, ich hole dich wieder. Warum springt die dann nicht? Das sind die Radias. Jetzt bin ich tot. Achtung, bleibt da stehen. Ah, nee. Mach mal erstmal diesen... Ähm. Achtung, die Bienen. Achtung. Oh, sie sind tot. Ich scheiße. Nein, doch nicht. Oh, was? Ja, ist das überlebt? Aber das schaffst du nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Oh, das war knapp. Nee, du musst runtergehen. Die sind unten. Du musst... Naja, jetzt nicht. Aber da war noch was... Na, okay. Ja, aber nichts Wichtiges, meine ich, oder? Ja, Kugel höchstens von den Bällen und diese ganzen Sachen da noch. Ich hole dich erstmal. Hallo. Ja, du kannst mir nicht holen, ich werde wahrscheinlich. Ja, doch, du kommst ja automatisch. Ja, da jetzt, ja. Warte mal, rechts ist mal... Los, nicht erst mal gucken, was es so gibt. Nein, oh. Nein, ach komm. Du wartest, bis du da drüber bist, lässt dich dann fallen und bist ganz woanders auf einmal. Das ist doch mal schon mal. Ja, aber das ist auch ein Teil. Warte mal, kann man die Sachen ja nicht verstehen? Nein, das haben wir doch schon mal alles probiert. Aber gar nicht. Doch, hör mal. Nein, jetzt hat der mich da runtergestoßen. Ich glaube es nicht. Habe ich nicht. Nein, willst du die Slowmotion nehmen? Ich kann nicht überhaupt nicht runterschauen. Ja, kann nicht. Kann ich gerne machen, wenn ich dran denke. Ja, ja. Ja, ja. Ansonsten musst du selber Slowmotion angucken, wie wir machen. Dankeschön nochmal. Boah, ja komm, ey. Denk da, der ist explodiert. Weiß ich. Was? Ernst hier? Das bin ich. Was war das denn? Warte, 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 warte. Jetzt. Am besten zurückfliegen, oder? Wie hörte sich das denn an? Ach, du Scheiße. Oh Gott. Na, wieso springt die dann nicht? Die macht so einen kleinen Hubser nach oben und dann ist die tot, oder was? Wieso richtig springen? Wieso lässt sie nach, wenn ich das Ding gedrückt halte? Ach, du bist tot, ne? Ja, weil die nicht mehr vernünftig fliegt, irgendwie. Was hast du denn? Hä, was ist das für deine Hand? Sag ich nicht. Das ist der Poco-Pokal, der ist bei mir am grünen, weil ich so schnell bin. Dank. Was für Bescheidung. Was hast du denn gemacht? Habe ich dich noch nicht mal geschlagen? Ja, hast du. Ne, hast du nicht, habe ich nicht. Boah, drei Dinger fehlen. Das ist schon wieder so ein Level, wo wir dann hinterher nochmal Punkte holen müssen. Ja, ich sehe es auch schon kommen. Als ich schon gesehen habe, dass man am Ende wieder diese blöden Punkte einlösen muss, dann waren wir schon wieder klar. 140 haben wir jetzt. Warte mal. Ach, ich kann mich wieder nicht bewegen. Das ist so ätzend. Wieso kann nur ich mich eigentlich nicht bewegen? Du kannst die ganze... 60 blinde Fisch, ne? Wo gehst du nicht mit hin? 160. Naja, aber das sollten wir eigentlich schaffen, oder? Ne. Was haben wir jetzt gemacht? Das haben wir jetzt gemacht. Das heißt... Ah, nee, warte mal. Ne, das ist ein Strickbruch, oder? Ja, ja, ja. Ja, aber hier würde ich ehrlich gesagt am Anfang gerne erstmal überspringen. Das ist doch auch noch was, oder? Das ist doch auch scheiße. Das ist wieder Bonus, oder? Ne, das ist noch gar nicht frei. Warte mal, wir müssen erst die untere. Wir müssen erstmal hier den ganzen... Blitzvoller, alles klar. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir geblitzt werden, ist es deine Schuld. Ich meine, guck dich mal an, ja. Ich bin nur ein armes, hilfloses Häschen. Ein Bunny, was zu Fuß läuft. Ja, das ist das Passende für dich. Mit einem Pfeil durch den Kopf. Hat nichts getroffen, zum Glück. Kannst du mich machen. Ach du Schande. 3.500 Punkte müssen wir jetzt anfangen. Ich weiß noch nicht mal, ob wir jetzt... Da ist ein, warte mal. Da ist ein so Ding an dem Toastbass. Ja, aber das ist wieder keins von dem Blauen. Ne, da ist eine Kugel gewesen, doch. Ne? Doch. Was bist du denn für ein armes Säßchen? Sag mir doch, woran du leidest. War es der Epi? Habt ihr dir auch einen Pfeil durch den Kopf gemacht? Oh. Entschuldigung. Ja, danke. Ich wollte dich eigentlich noch da oben machen, nicht nach draußen. Ich wollte dich so den Weg entlang hauen. Hallo? Da habe ich... Achso, ich kann ja noch da nicht schießen. Doch, das ist doch. Warte, 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 warte. So, ich strecke dich mal huckepackt. Oh, nicht da rein. Oh. Achso, wir haben den Bumerang. Wir haben gar nicht das... Achso. Siehst du, da haben wir eine Kugel schon. Guck mal, ich schlaf hier schon fast ein, bis du hier mal hin machst. So, muss aufpassen. Oh, nee. Unsinnkabel. Warte, musst du mich da werfen? Oh, oh, hier anscheinend ja. Oh. Ja, warte, mach. Ach, da haben wir doch dieses... Wie war denn das nochmal mit dem Gloover, mit diesem Swiver hier? Da kannst du doch irgendwas machen, oder nicht? Huh, so auf jeden Fall nicht. Ach, nee, hier. Äh, ich... Geht gar nicht. Ah, achso, ja, was. Und wie kommst du jetzt da hin? Gar nicht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was du gemacht hast. Ich bleib hier drauf. Ich hab schon. Ich hab schon. Geh da mal weiter. Ich bin zwar jetzt tot, aber ich geh da mal weiter. Äh, wollt ihr mich veräppeln, oder was? Da oben müssen wir hin. Warte mal, wir müssen mal zurück. Warte mal, kann man die nicht? Ja, ja. Das gibt auch, das gibt auch Punkte. Und wir müssen oben hin. Warte mal, stopp mal. Ja, aber müssen wir nicht hier rechts oben hin? Na, wir kommen ja nicht da durch, oder? Nee, da kommen wir auf die rechte Seite. Müssen wir oben hin? Stimmt, da ist doch was. Ja, da war was. Aua! Okay, so nicht. Ja, die sind kaputt. Also, die machen uns kaputt. Ja, die sind auf der anderen Seite. Aber ich kann nicht jetzt links. Ach, da muss ich mich selber. Du kannst unten, ach nee, du kannst unten reinfallen. Oh, was ist das? Aber ich, ich nehm mit in den Tod, nehm ich die anderen auch noch. Die sind aber jetzt alle wieder da, das weißt du schon, ne? Nee. Normalerweise nicht. Nein. Oh. Na, nee, das bin ich nicht. Hallo, was mache ich jetzt hier? Toll, danke. Was war denn das jetzt für Scheiß? Spring doch mal. Spring doch mal. Ja, nicht da rein. Hä, was macht der? Was macht der hier? Du sollst die kaputt machen. Ja, hab ich ja versucht. Das ging aber nicht. Nee. Hast du nicht. Aber ich verstehe. Ach so, da oben ist das blaue Zeug. Äh. Nein. Wie machst du das denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Ach, so mache ich das. Ja, aber du musst dich festhalten. Du bist tot fast. Ja, toll. Habe ich jetzt gewusst, dass ich da direkt reinkomme? Ach man, ey. Das Problem ist, wir müssen die oben wegkriegen. Dann kann man da oben hinkommen. Ja, aber ich bin mal nicht dran, irgendwie. Brauchst du auch nicht. Machst du, spring oben dran. Spring oben dran. Ja, toll, damit ich ja kaputt bin. Danke. Nein. Doch. Du bist ja nicht kaputt. Der dreht sich doch in die andere Richtung. Nicht zu denen hin. Ja, aber du bist ja eh nicht dabei. Ich springe nochmal hoch und springe mal oben dran, damit wir auf der anderen Seite ab und jetzt abspringen. Nein, ich muss die kaputt machen. Jetzt bin ich doch. Jetzt bin ich kaputt. Ich muss die kaputt machen, damit wir wieder zusammen sind. Sonst komme ich da ja nicht hin. Der nützt wieder dämlich an. Ne. Das war's nicht. Ach, rechts oben. Okay. Rechts oben und dann? Links. Und dann musst du die Taste fest. Ja, genau. Rechts oben und links. Ich weiß nicht, warum man den hinten... Ah, jetzt. Ich krieg da keinen vernünftigen Winkel rein, irgendwie. Du musst da oben das Blaue nutzen, aber... Naja, das kriegt man nicht. Komm mal mit drüber. Wir müssen was anderes machen. Nein. Oh, komm. Oh nein. Oh, das ist nicht so. Aber da kommen wir auch nicht... Ach ja, dahin musst du... Nein, du musst den... Oder so. Aber du hättest auch da einen Bumerang benutzen können. Naja, du kommst eh nur noch da hinten hin. Du kommst nicht mehr zurück. Was machst du da? Bumerang? Redest du noch? Naja, ja, Moment. Wo? Hä? Ach, du kannst mich nicht mehr so gut machen. Da ist eine Kugel da oben, wo wir jetzt nicht hingekommen sind. Naja, nehm ich noch einen. Naja, nehm ich noch einen. Wahrscheinlich sogar noch zwei. Äh, 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 äh. Aber sonst geht's nicht... Ja, ne, da wollt ihr mich veräppeln. Aua! Da musst du das nämlich machen mit dem Blauen, mit dem Dreck werfen. Das kriege ich nicht hin. Äh, wie geht das? Wie kommst du da nicht hin? Ja, du musst... Das ist es ja. Du musst das machen und dann den machen. Oh, oh, scheiße. Und den machen. Nein, wenn du da dranhängst. Auf der anderen Seite. Ich glaub, ich hab was getroffen, oder? Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh, ich hab doch ne Ahnung. Ja, ich komm nicht da hin. Warte doch mal auf mich. Ja, aber ich will dich hier oben wiederholen, nicht da unten. Ne, ich will nicht wieder geholt werden. Da oben, stopp doch mal. Ja, da müssen wir hoch, weil da kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Kannst du mich hinwerfen, doch. Kannst du mich hinwerfen, vielleicht. So nicht. Ne, das war fast, aber... Nicht so weit weg gehen. Du musst springen, sonst geht das nicht. Ja, mach ich ja. Merke ich aber nichts von. Dafür, dass du Kupi-Doo bist und eigentlich ganz sachte sein sollst. Wow. Was war denn das jetzt hier? Tyminator-mäßig, oder was? Ja. Da will ich nicht hin. Nein! Oh, komm, ey. Sobald du nichts mehr sehen kannst. Scheiße auf die Kugeln. Und muss ich gehen. Nein, du musst nach links. Oh. Ah, scheiße. Oh. Ich hab dich wieder geholt und hab's überlebt. Das fühlt sich jetzt irgendwie ein bisschen... Ach, du musst da hoch. Oh, nee. Da hättest du noch ne Rolle. Mit der Rolle kommst du hoch. Das hab ich am meisten gehasst in den... In den... In den Säckboi-Dingern, ne? In den Säckboi-Dingern, ne? In den Säckboi-Dingern, die hießen die früher in LittleBigPlanet. Und diese Teile, wo du mehrmals hintereinander springen musst. Nein! Warum macht der das? Bei dir war das Problem, du bist zu weit nach hinten gesprungen. Und ich verkack immer an dem anderen Ding. Nein! Oh, komm. Ey, dann bleibt die immer so dumm mitten in der Luft stehen, ne? Nein! Ja, und jetzt probier das mal mit da rüberwerfen. Das ist doch... Also das haben sie wirklich selten blöd gemacht. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ja, springen und Bumerang werfen. Oha! Das waren die Skills schlechthin hier. Aua! Was denn? Spinnt der? Warte, nicht! Oh! Du bist doch selber reingesprungen. Ja, ich konnte nicht anders. Nein! Was? Ich weiß die Kombination nicht mehr. Ey, das ist doch dämlich! Welche Kombination? Und links ist es, glaube ich, gewesen, ne? Ja, genau. Da oben ist einer noch, warte mal. Ja, da kommst du aber so nicht mehr... Doch, da müssen wir hinkommen. Irgendwie... Mach mal. Ja, da kommen wir wahrscheinlich nicht, ja. Da sind noch mehrere. Du bist ja direkt... Doch! Ja, komm, wir machen das jetzt. Äh, schieß dann, ne? Ja, warte mal. Der muss sich genau... Mach mal... Mach dich mal hoch. Warum geht das nicht? Hallo? Wieso ist jetzt der Typ da? Lass es doch mal probieren hier oben. Ja, aber ich will jetzt nicht, wenn der Typ mich da anschießt. Ja, warte mal. Nein! Nein! Du Sackgesicht! Das hast du extra gemacht! Was denn? Aua! Ich hab doch nur das Ding geholt, die Kugel! Du Sack! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Die ist ja geil gesprungen. Die ist wirklich geil gesprungen gerade. Hast du das gesehen? Ja. Ich muss aber nach rechts, oder? Weil links ist so ein Feuer. Da links ist es noch, aber da ist irgendwas. Irgendwas ist da, sonst wäre da kein Feuer. Bringen wir mal hin. Oh, so nicht. Doch, da ist die Kugel! Die brauchen wir. Hol die noch. Warte. Oh, ey, was ist das für ein Mist? Ich komme da überhaupt nicht hoch. Oder ist da hinten ein Gelpack? Schieß mal ein Ding dann hin, wenn du hoch springst. Springen wir hoch und schieß mal. Nee. Das war auch ziemlich hoch. Ja, mach es doch selber! Nee, ich gucke lieber zu, wie du scheitest. Ja! Das glaube ich. Warte. Jetzt! Nee, nee, jetzt wird es... Jetzt! Jetzt! Oh, fast! Das war great! Ich muss aber immer die Ampelphase, wollte ich gerade sagen. Die Feuerphase abwarten. Schnell weg da! Aber nicht so! Nein, das wird mir jetzt noch fast! Hi! Äh, warte mal, was müssen wir jetzt... Oh! Das Übliche! Hallo? Ich war am Werfen! Wie solltet ihr die nicht getroffen? Hier müssen wir noch irgendwas machen, da auch die andere Seite ran! Du musst mich da hoch schießen! Nee, das Ding brauchen wir hier, warte mal! Du musst mich hier hoch bringen! Ja, aber da musst du die Pflanze mitnehmen hier bitte, oder? Kann ich nicht, wenn du die jetzt... Ich kann dich aber nicht nehmen mit der Pflanze! Doch, kann ich nicht! Du bist zu schwer! Nein, du bist zu schwer! Ich bin eine Frau! Ich bin niemals so schwer, ja? Warte! Es geht doch so! Achso! Du musst nur das Ding reinwerfen! Guck mal! Oh! Schon wieder klaut der mir alles! Nein, das war ja meine Pflanze! Weil ich der... Deine Pflanze? Schon wieder klaut der mir alles! Oh! Scheiße! Ja! Hätze! Nein! Schieß! Oh! Links ist was! Schmeiß dich einfach ins Feuer! Ich sagte, schmeiß dich ins Feuer! Nicht wirf dich da so sinnlos runter! Warte mal, das geht aber bestimmt anders! Das geht so nicht! Ja doch! Da muss ich nur zwei Leben haben! Ja, dann müssen wir das nochmal probieren! Hey! Oh! Danke! Ich habe mich festgehalten und bin irgendwie an dir oder so abgeprallt! Keine Ahnung! Was war denn das? Ich hätte schießen müssen! Mir schafft der Sack das sogar auch noch ohne, dass der da runtergefallen ist, ne? Ja, aber ich bin tot! Ich bin tot! Aua! Wieso springt die nicht? Pass auf! Schießen! Nein! Und schon wieder prallt die ab! Wieso prallt die immer ab? Ich halte mich immer fest und die prallt immer ab! Was ist das? Das sage ich jetzt nicht, sonst hast du mich! Oh! Scheiße! Hol mich nochmal wieder, bitte! Nö! Oh! Scheiße! Das ist Karma nennt man das! Der ist schon wieder prallig ab! Was soll das? Was ist das denn hier? Hau mal dagegen! Oh! Oh nein! Du hättest nicht dagegen hauen sollen, das ist Karma. Achso, es sind gar keine mehr, sag das doch. Aber daneben war noch irgendwas, das war ja doof. Ich will auf deinen Kopf springen, komm mal her. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kriegst mit dem Pfeil im Kopf da. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Du bist böse, du blöde Kuh. So. Du bist Miss Piggy. Ein Name ver... nicht krieg da. Oh mein Gott. Nee, du bist Miss Piggy Drachenzahn, oder wie heißt das? Wegen den Drachensehen. So, nach diesen wirklich... Oh, ich kann mich schon wieder nicht bewegen, damit ich wenigstens abmoderieren kann. Nach diesen wirklich erschreckend, nervigen und traurigen Sachen... Achso, das ist nur eine Lampe, die der Epi gerade gesagt hat. Das war noch der Bonus-Level. Mann, jetzt geh mir nicht auf den Sack mit deinem Kostüm, ich will hier gerade abmoderieren. Halt die Klappe. Oh ja, neue Prüfungen wurden freigeschaltet. Wen interessiert das? Bonus-Level. Ich hab dich gerade geschlagen. Oh, dieser dumm, dämliche Sack, ne? Bonus-Level. Ich schlag ihn und er kriegt natürlich wieder hier... Nix Bonus-Level. So. Hast du jetzt davon, das nennt man Karma. So. Dingelingeling da hinten. Wollen wir nochmal in den Shop gehen? Du musst das machen wie bei Resident Evil. Du musst das, ähm... Du musst jetzt auch dich davor stellen und sagen... Oh, die Klappe. Hallo, bei Sum Sum gibt es die allerbeste Auswahl an der Ausließe. Ja, Sum Sum, halt die Klappe. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor Sum Sum mich jetzt hier auch noch die ganze Zeit am Nerven ist. Dankeschön. Am Nerven. Das sind immer noch 31 Punkte. Das sind die, die du mir die ganze Zeit geklaut hast nebenbei, bemerkt. Nein. Wollte ich jetzt sagen, dass wir da mal eben hier ein bisschen noch herumstöbern. Den Lars hab ich auch schon gefunden. Ja, als Drache. Und Chaosbringer, das ist doch neu, oder? Mhm. Und Aufrufforscherin ist auch neu. Und der ist auch neu. Ja, und ich hab für keins von denen hab ich Geld. Und den Drachen will ich, aber mir fehlen noch 300. Ja, dann würde ich sagen, dass ich dann erstmal auf die 1500 spare, falls ich jemals irgendwelche Punkte bekomme. Weil bei dir kriegst du ja nichts, weil du immer alles wegnehmen willst. Und immer wartest, bis man tot ist und man extra dafür sorgt, dass man tot ist. Und dann klaut er einem die Punkte. Ja, genau. Und mit diesem traurigen Beispiel von ein Pfeil geht ins Leere, in seinem Fall, verabschiede ich mich dann erstmal für heute. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Also, wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Also, wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Also, wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank.